Moin, hier ist Miro von Olight und heute zeige ich euch die kompakteste taktische Taschenlampe von Olight. Auf die ihr in unserem Halloween Sale vom 25. um 10 Uhr bis zum 28. Oktober um 9 bis zu 40% Rabatt bekommt. Ihr mögt die Beton 3, aber wünscht euch mehr Flexibilität bei der Bedienung? Oder die Warrior Mini 3 ist eigentlich genau die richtige Taschenlampe, aber sie ist euch zu groß? Dann ist die Warrior Nano genau die richtige. Mit 1200 Lumen bietet sie die Lichtleistung der kompakten Beton 3 kombiniert mit dem Bedienkonzept der Warrior Mini 3. Ihr bekommt also sowohl einen Seiten- als auch einen magnetischen Endkappenschalter und zwar hier direkt den im Vergleich zu den alten Modellen deutlich verbesserten, von dem auch Metallspinnen mühelos runtergewischt werden können. Den 1100 mAh Akku könnt ihr wie gewohnt direkt in der Lampe mit dem mitgelieferten magnetischen Ladekabel aufladen. Als taktische Taschenlampe verfügt sie natürlich auch über einen mit nur einem Druck erreichbaren Strobe und das alles in einem kompakten Format mit 81 mm Länge und 85 Gramm inklusive Akku. Zusätzlich zur schwarzen Version gibt es im Oktober passend zu Halloween die Warrior Nano auch in Zombie Green. Neben dem Bedienkonzept wurde auch die sonstige Formsprache zu großen Teilen von der Warrior Mini 3 übernommen. Dazu gehören der Seitenschalter aus Metall mit Ladestandsanzeige, der Ring um die Anzeige und die Frontblende, beides in Blau und aus Edelstahl und natürlich auch die Oberflächenstruktur und der deutlich verbesserte bidirektionale Pocket Clip. Sie bringt also alles mit was ihr von der größeren Taschenlampe kennt und das gilt auch für die Bedienung. Ein- und ausgeschaltet und in der Helligkeit reguliert wird sie entweder über den Seitenschalter, das ist wie bei der Beton 3, oder über den Endkappenschalter den ihr halb oder komplett durchdrücken könnt. Wodurch ihr direkt in den Turbo bzw. in den Halb-Turbo-Modus kommt. Ihr könnt durch gleichzeitiges Drücken des Endkappen- und Seitenschalters aber auch in den taktischen Modus umschalten. Dann wird statt dem Turbo der extrem desorientierende Strobe aktiviert, wenn ihr den Endkappenschalter komplett durchdrückt. Übrigens im Gegensatz zum normalen Modus nur solange ihr den Endkappenschalter gedrückt haltet. Natürlich sind sämtliche Helligkeitsstufen und Modi auch über den Seitenschalter erreichbar. Nur hier könnt ihr außerdem den besonders sparsamen und augenschonenden Moonlight-Modus aktivieren. Der für bis zu 40 Tage für Licht sorgt. Der Turbo steht euch übrigens für bis zu 3 Minuten in voller Helligkeit zur Verfügung. Das ist doppelt so lange wie bei der Beton 3 und etwa eine Minute länger als bei der Warrior Mini 3. Auch danach steht ihr nicht ohne Licht da, denn ihr habt immer noch 77 Minuten lang den hohen Modus. Legt ihr Mehrwert auf einen besonders lange laufenden Turbo, gibt es jetzt die Möglichkeit stattdessen den Halb-Turbo zu nutzen. Den aktiviert ihr standardmäßig durch volles Durchdrücken des Endkappenschalters. Der Name ist Programm, denn hier produziert die Taschenlampe 600 Lumen und das für 10 Minuten, bevor sie schließlich auf die 400 Lumen des hohen Modus heruntergedimmt wird. Viele von euch haben sich eine Stufe zwischen dem Turbo und Hoch gewünscht und mit der Warrior Nano haben wir euer Feedback umgesetzt. Möchtet ihr lieber den Turbo über den Endkappenschalter nutzen, sperrt ihr die Taschenlampe einfach beim Aufladen, indem ihr im ausgeschalteten Zustand 2 Sekunden lang den Seitenschalter gedrückt haltet. Zum Entsperren loslassen und dann nochmal den Seitenschalter für etwa eine Sekunde gedrückt halten. Überlegt ihr es euch anders, wiederholt ihr einfach die ganze Prozedur am Ladekabel. Ansonsten gibt es natürlich auch noch den mittleren und niedrigen Modus und den schon gezeigten Moonlight Modus. Unterwegs für Sicherheit sorgt die Sperrfunktion der Warrior Nano, die ihr, wie eben erklärt, nur eben nicht beim Laden aktiviert. Und zu Hause oder auch im Auto oder an einem anderen Lagerort könnt ihr die Taschenlampe optional an der praktischen L-Halterung aufbewahren. Die robuste Taschenlampe ist außerdem wasserdicht nach IPX8 und stürzt sich aus bis zu anderthalb Metern Höhe. Und damit kommen wir zum Ende des Videos. Als fan-kompakter Taschenlampen gefällt mir die Warrior Nano sehr gut und meine Freude über das neue Modell teile ich gerne mit euch in Form eines Gewinnspiels. Ihr kennt es ja schon, hinterlasst einen Kommentar und einen Like bzw. einen Daumen hoch und beachtet noch die weiteren Teilnahmebedingungen in der Beschreibung. Und ihr seid dabei. Klickt am besten auch direkt auf den Link zum Shop und schaut euch mal um, denn wir haben noch viele weitere tolle Neuheiten und Aktionen für euch im Halloween Sale. Und damit allzeit gutes Licht. Und damit auch direkt auf den Link zum Shop.